Zwei Wochen vor der Bundestagswahl sind die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen am Sonntagabend zu ihrer zweiten TV-Konfrontation aufeinander getroffen. Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock liefern sich dabei einen teilweise scharfen Schlagabtausch. Angesichts der Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Zentralstelle des Zolls versuchen Laschet und Baerbock den Favoriten Scholz unter Druck zu setzen. Umfragen zufolge gewinnt Scholz aber das Triell. Die Geldwäschestelle Financial Intelligence Unit, kurz FIU, gehört nämlich in den Geschäftsbereich von Finanzminister Scholz. Auch mit Blick auf den Wirecard-Skandal muss er sich verteidigen. Trotzdem bemüht er sich in der Diskussion angesichts seiner guten Umfragewerte um Kanzlerformat. Scholz betont im TV-Triell, dass es bei der Razzia nicht um Vorwürfe gegen das Ministerium gegangen sei. Laschet nennt es ein Wunder, dass Scholz eine solche Schönrederei an den Tag legen könne. Scholz weigert sich, Verantwortung zu übernehmen, obwohl sein Geschäftsbereich betroffen sei. Das Ergebnis ihres Tuns ist, dass die Aufsicht versagt hat, sagt Laschet. Sie erwecken den Eindruck, sie hätten nichts damit zu tun. Scholz wirft seinem Konkurrenten daraufhin eine verzerrte Darstellung vor. Der CDU-Chef versuche es, so aussehen zu lassen, als ermittle die Staatsanwaltschaft wegen einer Angelegenheit, die im Ministerium spiele. Auf Laschets Frage hin, ob es etwa nicht eine Durchsuchung im Ministerium gegeben habe, sagt Scholz. Ist in Ihrem Haus durchsucht worden oder nicht? Ja, guck, an Ihrer Frage merkt man, wie sehr Sie unehrlich sind. Und das ist etwas sehr Unehrliches. Zu einer Kontroverse zwischen Scholz und Laschet kommt es auch beim Thema Klimaschutz. Sie werfen einander gegenseitige Blockade vor. Scholz betont, die Union habe lange bestritten, dass für den klimagerechten Umbau der Wirtschaft mehr Strom nötig sei. Laschet wiederum wirft der SPD vor, Beschleunigungen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren verhindert zu haben. Baerbock verweist darauf, dass mit dem aktuellen Tempo der Großen Koalition die Klimaziele verfehlt würden. Diese nächste Bundesregierung, die ist die, die noch aktiv Einfluss auf die Klimakrise legen kann. Und das heißt dann, wir müssen früh aus der Kohle aussteigen. Und zwar deutlich vor 2038. Wir können noch nicht, das wollen Sie beide, aber wenn Sie jetzt Ihre Meinung ändern, weil Sie sagen, wir sind jetzt die größten Klimaschütze, dann wäre es ja super, dann hätten wir ja schon mal einen Erfolg. Wir können noch nicht 17 Jahre lang weiter so machen, als wäre nichts passiert. Deswegen ist für mich klar, die nächste Bundesregierung muss den Kohleausstieg vorziehen auf 2030. Gleichklang demonstrieren Scholz und Baerbock in sozialen Fragen. So sprechen sie sich beide für eine staatliche Bürgerversicherung im Gesundheitsbereich aus. Laschet sagt dazu, hier unterscheiden wir uns fundamental. In seinem Schlusswort verspricht der Unionskandidat vor allem, für Entbürokratisierung zu kämpfen und ein Kanzler des Vertrauens zu sein. Baerbock hebt die Klimafrage hervor. Anstelle des Weiter-so brauche es einen echten Aufbruch, denn die nächste Regierung sei die letzte, die noch aktiv Einfluss auf die Klimakrise nehmen könne. Scholz nennt Solidarität und Respekt als Leitmotive und verspricht stabile Pensionen und einen Mindestlohn von 12 Euro. Zudem wolle er die Industriearbeitsplätze angesichts des Klimawandels sichern. In während der Sendung durchgeführten Umfragen schneidet Scholz zwar am besten ab, klarer Sieg war es aber eindeutig nicht. Zudem wolle er die 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 Zudem woll